OF2 ist das zweite Fernsehprogramm des österreichischen Rundfunks. Geschichte und Refreshment OF2 nahm seinen Sendebetrieb als technisches Versuchsprogramm am 11. September 1961 auf. Seit dem 1. September 1970 wird täglich gesendet, zuvor nur an fünf Tagen der Woche. Am 9. Jänner 2012 erfolgte, ähnlich wie bei ORF1, ein kompletter Designwechsel, intern Refreshment genannt. In Anlehnung an das klare Design von ORF1 soll nun auch in ORF2 ein vertikaler Navigationsbalken als zentrales On-Air-Element den zu sehr an die Programmorientierung erleichtern. Das Design soll die starke Österreich-Identität des Senders unterstreichen. Die Farbcodierung des neuen Designs ist ganz auf Rot-Weiß-Rot fokussiert. Dies wird bei allen Animationen sichtbar, Abspann-Idents-Programm-Hinweisen und Trailern. Die Infos orientieren sich an einem zwei-geteilten Bild, bewegen sich aber ausschließlich auf bzw. abwärts. Links werden Datum und Zeit angezeigt, rechts die Sendungstitel. Auf diese Weise werden für die Zuseherinnen und Zuseher mehr Orientierungspunkte als bisher gesetzt. Denn es wird unter anderem die zeitliche Navigation der Programmhinweise stärker und klarer betont. ORF2 strahlt im Gegensatz zu ORF1 mehr Österreich bezogene und kulturelle Sendungen aus. Mehrmals täglich wird die wichtigste Nachrichtensendung Zeit im Bild ausgestrahlt. Wobei die ZIB um 19.30 Uhr das Flaggschiff des Senders ist. Moderatoren der ZIB 1 sind Rainer Hatzivar und Nadja Bernhard sowie Tarek Leitner und Marie Claire Zimmermann. Die ZIB um 19.30 Uhr hat eine Doppelmoderation. Um 19 Uhr sind mit Bundesland heute neun regionale Fensterprogramme für jedes Bundesland auf Sendung. Im Sendegebiet Tirol und im zu Italien gehörenden Südtirol wird zudem die Nachrichtensendung Südtirol heute von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr ausgestrahlt, die im ORF-Landestudio Tirol in Innsbruck produziert wird. Darüber hinaus gibt es sonntags um 13.30 Uhr im Burgenland die Sendung Dobaden-Hirvati für die Burgenland-Kroatische Volksgruppe sowie zur gleichen Zeit in Kärnten und der Steiermark die Sendung Dobaden-Koroska. Koroska für die slowenische Volksgruppe in Kärnten und der Steiermark-Verbreitung. Über Satellit können die Sendungen aller Bundesländer empfangen werden. Da der ORF von zugekauften Sendungen die Senderechte nur für Österreich erwirbt, wird das Programm über Satellit verschlüsselt ausgestrahlt. Die Entschlüsselungskarten sind nur für österreichische Gebührenzahler erhältlich und dürfen nur in Österreich verwendet werden. Mit dem unverschlüsselten, digitalen Angebot von ORF2 Europe wird seit Juli 2004 Interessierten im Ausland die Möglichkeit geboten, ORF eigene Produktionen zu empfangen, viele Sendungen werden auch in 3SAT wiederholt oder sogar von 3SAT direkt übernommen. Seit Oktober 2006 wird das Programm terrestrisch über DVB-T in Österreich verbreitet. Über den Multiplex A werden bundesweit jeweils das Regionalprogramm des eigenen Bundeslandes sowie das eines benachbarten Bundeslandes ausgestrahlt. In Südtirol kann das Programm landesweit unverschlüsselt über Kanal 34 empfangen werden. ORF2HD ORF2HD ist der zweite österreichische Fernsehsender, der sein Programm hochauflösend verbreitet. Es ist die HD-Simulcast-Version von ORF2 und wird wie der SD-Muttersender dem öffentlich-rechtlichen Programm zugeordnet. Geschichte Am 2. Dezember 2009 begann ein offener HD-Testbetrieb mit einem Trailer, der Ausschnitte aus den Bereichen Natur und Dokumentationen zeigte. Beschränkt war das Testangebot auf Haushalte, die über eine freigeschaltete CryptoWorks ORF-Registrierung verfügten. Drei Tage später, am 5. Dezember 2009 um 0 Uhr, nahm man den regulären Sendebetrieb auf. Das Programm von ORF2 wird im hochauflösenden 720p-Format gesendet. Da nur wenige Formate in High Definition vorliegen, werden viele Sendungen vom österreichischen Rundfunk hochskaliert. Zu den ersten Ausstrahlungen in 720p zählte der ORF Josef Hey, DNS Ilmando de la Luna und Robert Dornhelms Opernverfilmung La Boheme. Auch das traditionelle Adventkonzert Christmas in Vienne sowie das Neujahrskonzert 2010 unter Leitung von Star-Dirigent George Priter wurden in HD gesendet. Kurze Zeit später begann man sämtliche Universum-Produktionen ebenfalls in nativem HD zu senden. Empfang Der Sender kann seit 1. Juli 2009 digital über Astra empfangen werden. Das Programm ist mit Ausnahme der Programmvariante ORF2 Europe mit dem Regionalprogramm für Wien. Verschlüsselt und erfordert eine aktivierte ORF-Digital-SAT-Karte Satellit Astra 19,2 Grad Ost. Downlink-Frequenz 11,303 GHz. Symbolrate 22.000. Fehlerschutz 2 Drittel, Polarisation horizontal, Modulation 8 PSK. Seit August 2014 wird via Astra 19,2 Grad Ost über den neuen Transponder 5 ein Testbetrieb für die bevorstehende Übertragung der Regionalprogramme in HD ausgestrahlt. Ab 25. Oktober 2014 sollen über diesen Transponder alle, Bundesland heute, Sendungen in High Definition übertragen werden. Bisher war jediglich der Empfang von Wien heute in HD über den einzig vorhandenen ORF2 HD Stream möglich. Außerdem existieren über diesen Transponder die Programme ORF3 HD sowie ORF Sport Plus HD. Satellit Astra 19,2 Grad Ost. Transponder 5. Downlink-Frequenz 11,273 GHz. Symbolrate 22.000. Fehlerschutz 2 Drittel. Polarisation horizontal, Modulation 8 PSK. Im italienischen Südtirol wird die HD-Version des Senders seit Mitte 2010 in einem Gleichwellennetz bei einer Bitrate von ca. 10 Mbps von der Rundfunkanstalt Südtirol unverschlüsselt über DVB-T empfangbar gemacht. Um den Sender dort elempfangen zu können genügt der Besitz eines MPEG-4-fähiges Fernsehgeräts. ORF2 ist in Österreich über Simpli TV als eines von drei kostenlosen HD-Programmen terrestrisch empfangbar. Die technische Reichweite soll nach Angabe des Plattformbetreibers bei 90% liegen. Mittlerweile beträgt der Anteil an HD-Material ca. 70% des Gesamtprogramms seit dem Frühjahr 2013 wird auch die ZIB in echtem HD ausgestrahlt. Während des Regionalausstiegs wird auf ORF2 HD das Regionalprogramm des ORF wie ihn gezeigt. Die anderen acht Regionalprogramme sind wie gewohnt parallel auf den Bundesländersendern zu sehen.